Alter! Juhu! Ich hab zugesehen. Der... Baddest Constructor der hat noch zwei Raketen abgefeuert bevor er dann krieg dich einfach. Oh, ich bin schon leveled up, Baba. Mobbing ist Zeit. Wieser. Kein Platz mehr. Ähm. Hä? Weiß? Was denn? Ist das nicht gehört? Das Geräusch, ja doch. Das ist glaube ich vom Constructor gewesen. Ach, die Waffen sind denn alle für level 29 mal eben? Ich glaub wir sollten noch die hier sein. Alter! 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 Wirklich! Hallöchen! Boah, Alter, hab ich grad spontan einen anderen Granaten-Mod bei. Den ich anlegen kann. Nein, hab ich nicht. Warte, ich guck mal, ob ich einer... Ach, erst mal Escape drücken. Schon toll. Die Kacke, die ich dir abgezogen hab, ist echt Kacke. Ähm... Ja, ich hab noch was. Was wäre nett. Hast du eigentlich einen Timer gestellt? Ja. Gut, es war zu spät, aber ist selber. Ach, na gut. Haha. War aber nicht viel. Nur ne Stunde. Was? Das... 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 Der Helm? Alter, was zum Teufel geht gerade mit meinen Frames? Weiß nicht. Unser Lowdeak-Story 29 bis 30. Wow. Fuck, Alter. Das ist genau die gleiche Granaten-Scheiße, wie ich hatte. Hm. Das ist echt Kacke. Aber egal. Vielleicht willst du schon irgendwie einen Shop finden oder so. Huch, das macht ja Schaden. Ja, auf mich kannst du nicht schießen. Schoss das noch, mich zu töten. Haha. Ja, wenn ich es im Duell nicht schaffe, dann so. Haha. Wenn ich unverwundbar gegen mich bin. Wo geht das denn hier hoch jetzt? Hier. Hier. Er kriegt eh Loder. Was schlust du mich denn so an? Wow. Hey! Ich hab mal einen Typen. Ja, komm mal her. XP-Loader. Fuck you. Komm mal her, Junge. Ah, ich stehe wie die XP-Loader. So, erst mal immer anpullen und dann... Ja, genau. Ding. Die sind Psycho. Hm? Die sind Sireen-Mods. Ach da. Nummer zwei Sireen-Mods und zwei... Klasse, wo ich... Zwischen. Ein Inventar war ich eh voll. Pff, nö. Ich lade den Standort des Kriegers herunter. Es war illegal in Downloads starten hier. Nö, ist das so. Da. Jack hat alles ihr Regium, das abgebaut hat, zum Heroes Pass gescheckt. Dort muss der Krieger begraben sein. Geht's um das Sankture. Es wird Zeit, dich auf den letzten Hand hervorzubereiten. Yay. Constructor. Guck mal hinter uns. Guck mal ran. Hallo. Hab ich da für... Ich hab mal einen. Für dir so? Ja, meiner hat grad eben... Die sind Dinger voll geil zum EP-Farm, oder? Ja, für dich schon. Ich sterbe dabei noch. Really? Alter, was ein Wichser. Das wird wieder, das wird wieder. Guck mal. Guck mal, ist ja hier. Boah, ganz ehrlich. Ich glaub ich muss nen Cut noch ne. Wegen Frames. Ja. Mach. Guck mal. Guck mal. Ich mach nen Cut. Bis gleich. Boah. Ja, wir sind zurück. Ich hab jetzt bewusst ein bisschen gewartet. Äh. Ja? Können wir da jetzt mal endlich dran? Nimm Kartendaten. Nimm Kartendaten. Nimm Kartendaten. Ja unge. Ja unge. Ich war ja in Holland. Ja, erzähl. LoL. Auch unsichtbare Wand. Langweilig. Das Spiel ist kacke. Was will da drauf? Unsichtbare Wand. Ja, unsichtbare Wand. Alles klar. Du warst in Holland. Erzähl. Genau. Äh. Ja, was soll man da erzählen? Kommen sie auch an mit Young? Äh. Das war so geil. Das, äh. Freundin. Ja, ich wollte noch eine H&M rein. Ja, alles klar. Machen wir. Sind gerade in Fenlo in der Stadt. Ähm. Ne? Warum nicht? War geil. Das wird da auf jeden Fall. Komm da rein. Suchen. Dies, das. Ich komm die Rolltreppe hoch. Guckst du nach links und rechts? Kinderabteilung. Jungenabteilung. Ich guck. Das erste, was ich lese. Jongens. 118 bis 125. Und ich muss mich so ein bisschen verlachen. Und hinter mir war so eine komische Olle, die hat mich richtig scheiße angeguckt. Äh. Die Dachbischöfer hat sich einfach Drohungen genommen. Hahaha. Du schimmst ein richtiger Kiffer oder sowas. Jungen. Was geht bei dir? Aber wirklich. Du kommst so hoch zuerst, wo du liest Jungen's. Was für eine Aktion. Mal stärken. Jack, Lilith und der Krieger sind am Heroes Pass. Und dahin gehen wir jetzt. Das ist der letzte Kampf, Amigo. Wenn du dich vorbereiten musst, dann jetzt. zieh dich in der Stadt um. Diese Leute haben nicht viel. Aber sie wollen dir helfen. Hyperion hat den Eingang zum Heroes Pass verriegen. Geh zurück zu Clip Clip. Du brauchst ihn, um den Weg für dich frei zu machen. Rick und ich treffen dich sobald du drin bist. Sieg oder Niederlage. Wir beenden das gemeinsam. Für Bloodwing. Für Roland. Für Pandora. Für Pandora. Für Pandora. Wow. Jetzt hat die hier Sachen. Und mein Inventar ist voll. Ich geh mal kurz verkaufen. Ja. Das gleiche Problem war wie nämlich auch. Ich hatte gehoffen, dass da eine Safe jetzt da unten auf ist. Aber. Ja. Warum auch. Verkaufen. Verkaufen. Nicht verkaufen. 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 Das ist eine normale. Die kann auch nicht. Du kannst mich nicht stoppen. Nein, die drei behalte ich. Mann, die sind zwei für 28. Aber die machen eine Explosive-Schau. Ja, ich hab auch welche. Also behalten. Weiche für einen anderen hat? Wow. Gott verraten wir. Keine Ahnung. Jetzt geh weiter. Stierig. Mann. Wie heißt der? Oh Private Jessup. Ich hab grad nicht Private Jesus gelesen. Private Jesus. Komm. Geil. Ne. Warte. Ich bin Claptop drin. Richtig. Erste Optional in Chile. Alter, wie der jedes Mal vorgestellt wird. Tja, das ist ein bisschen. Uuuuuh. Dr. Jack. Noch nie gesehen, Typ. Nein. Vor allem nicht so kalt vorgestellt. Ne. Warte sind nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Dennoch möchte ich dich wissen lassen, dass ich dich unterstütze. Jack hat mich aus meinem Haus in Firestone geworfen. Und es wird Zeit, dass er bekommt, was er verdient. Wenn dieser Kammerjäger vorbeikommt, sag ihm alles Liebe von mir. Okay? Oh. Hey Mann. Elli und ich haben grad über dich geredet. Jetzt sieh zu, dass du lebend zurückkommst, ja? Und wenn's geht, dann bring bitte sechs Kopf auf nem Spieß mit. Haha. Okay? Was Guter sagte, ich will den Schädel dieses Wichsers ausfüllen und Nachos daraus essen. Endlich mal eine, die es sagt. Was vergessen. Elli und ich haben was für dich. Hoffe es hilft. So, was haben die jetzt gegeben? Verschiedene Items. Ja, der eine hat mir jetzt nen Grenade-Mod gegeben. Ja, aber den muss mich scheiße essen. Ich hab tatsächlich nen Artefakt erhalten. Erhöht alle Schäden, die von einer bestimmten Schadensart verursacht werden. Ich auch. Das ist Level 28 bei mir. Ne, 25. Okay. Ja gut, ich hab den nochmal einmal mit 10,4 gekriegt. Der ist aber für SMG-Schaden. Das andere, was ich hab, ist für Schock-Schaden. Oh, das... Einfach noch mehr Elementar-Schaden. Geh mir. Ich bin noch raus. Den werde ich aber nicht benutzen. Und ich hab nen neues Schild gekriegt mit 1812. Das ist aber scheiße. Was ist denn das? Ich hab grad 1807. Der wird so eins mit 2019. Äh, ich bin raus. So, ich lauf einfach... Ich lauf einfach nur. Wir müssen... Alter. Moxie, Hämmerler und Marken. Fuck. Was denn? Mit wem soll ich denn noch alles laden? Ich denk mal, wir reden jetzt mit allen Leuten, weil wir einfach jetzt von allen so ein Abschiedsgeschenk kriegen, weil die genau wissen, dass wir ihre nicht verrecken. Ey! Was? Was? Voll weggebrämmt. Wo? Die Boxen trutschen. Du musst aufs Gesicht, war endlich. Ich hab langsam ge... Oh, ich hab was vergessen. Bitte sehr. Na, wo ziehst du das denn her? Ja. Die... 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 Er ist eine SMG im Dekolleté. Eine SMG im Dekolleté. Haha, ja. War da... Da hat er immer noch alles geklappt. Eine Sniper. So, Markus. Was ist mit dir? Jacks Monopol auf Waffen kickt mich fast aus dem Geschäft. Aber das ist nicht der Grund, warum ich seinen Tod will. Ich will ihn tot sehen. Weil er ein gieriger, mordender Bastard ist, der schreiend sterben muss. Viel Glück! Kannst du vielleicht brauchen? Hm. Hm? Eine Comet Räufel. Geil. Ich hab mal ein bisschen aufgestockt bei mir, ne? Das beide gibt's dann keine Fehler. Irgendwas. Äh, warte mal, ich... Ich guck mal. Wo hat er zu einem vernünftigen SMG gibt? Also ich hab jetzt mal mein Speicher-Deck, äh, gedingst. Nicht gebumst? Ne, nicht gebumst. Hab mal nur mit dir. Was? Später. Was? 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 Die kaufe ich. Wie was denn? Die wir von Marcus gekriegt haben. Wie du von Marcus gekriegt hast? Hast du die Idee? Nee, nee, das kriegt nur einer. Glaube ich zumindest. Nee, ich habe nichts großartig. So. Ist jetzt nur... Nur eine Standard-SMG oder MG. Aber ich habe meinen Speichertack soweit erweitert. Ich kann jetzt... Warte mal. Wo ist denn der? Warte mal, bei dem Schwarzmarktflügel. Ja. Beim Black Market. Ich kann jetzt tatsächlich 980 MG-Kugeln tragen. Sniper habe ich auch ein bisschen gemacht. Jawohl. Tipp. Wie viel habe ich für meinen Sniper jetzt? Sniper habe ich tatsächlich... 96 Schuss. Möglich. Ähm... Was nehmen wir denn noch mit? Ihr Ganaten... Das hätten wir eigentlich schon viel eher machen sollen, ne? Weil wir oft genug Out of Ammo sind. Ja. Egal. Ich glaube Pistol nehme ich mir noch 2 mit. Weißt du, wie viel Iridium ich jetzt dafür bezahlen muss für das nächste Update? 50. Ich habe gerade auch ein bisschen gewastet, aber egal. Ja, ach mein Gott. Ich bin harvesteter, wenn es das nicht wird. Wie viel Spaß mit Ihnen?